Was ist das Karnet als Zollpapier? Was ist das Karnet als Zollpapier? Das Karnet besteht aus einem Deckblatt und Stammabschnitten, die immer im Heft bleiben. Diese werden nur durch den Zoll bearbeitet. Der Karnet-Inhaber muss hier nichts ausfüllen. Die folgenden gelben Blätter sind zur Vorlage bei der deutschen oder einer anderen EU-Zollstelle bestimmt. Die weißen Blätter werden vom ausländischen Zoll bearbeitet. Ist ein Transit durch ein Drittland geplant, werden zusätzliche blaue Transitblätter benötigt. Habe ich bei Australien einen Transit? Nein, damit ist in erster Linie die Durchfuhr auf dem Landweg gemeint. Es sei denn, man hat einen Flug mit einer Zwischenlandung gebucht und will das Flughafengelände verlassen oder das Reiseland selbst verlangt zusätzliche Transitblätter. Hier berät Sie die IHK gern im Einzelfall. Wie fülle ich das Karnet aus? Bitte füllen Sie das Karnet grundsätzlich nicht per Hand aus. Zuerst füllen Sie den Karnet-Antrag aus. Dieser verbleibt bei der IHK und beinhaltet die Angaben zur Firma und zur Person. Mit dem Antrag beantragen Sie zunächst das Dokument selbst. Hinzu kommt eine Zollrisikoversicherung, die die Barhinterlegung von Zoll und Steuern im Ausland abdeckt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Warenversicherung. Im Handelsregister eingetragene Firmen oder Vereine füllen die rechte Seite aus. Einzelfirmen und Privatpersonen füllen die linke Seite aus. Bitte denken Sie auch an Ihre Bankverbindung und den Verwendungszweck, zum Beispiel Berufsausrüstung für Ihr Kameraequipment und die Angabe des Ziellandes. Wenn Sie das erste Mal zur IHK kommen, werden Sie um die Hinterlegung einer Unterschriftsprobe gebeten. Bitte nutzen Sie dafür die Vorlage auf unserer Internetseite www.offenbach.ihk.de Bringen Sie als Karnet-Inhaber bitte auch Ihren Personalausweis mit. Kommen wir nun zum eigentlichen Karnet. Dies besteht aus dem grünen Deckblatt, den weißen und gelben Stammabschnitten und den weißen und gelben Trennabschnitten. Die Trennabschnitte sind an der Perforierung am oberen Rand zu erkennen. Das Deckblatt und die Trennabschnitte füllen Sie bitte mit der Ausfüllanleitung auf unserer Homepage aus. www.offenbach.ihk.de Karnet-Hilfe Gern füllen wir für Sie auch das Karnet zeitnah, kostengünstig und zuverlässig aus. www.offenbach.ihk.de Ausfüllservice Füllen Sie bitte auf der Vorderseite jeweils die Felder A, B und C aus und auf der Rückseite die Warenliste. Das Feld A beinhaltet den Namen und die Anschrift des Karnet-Inhabers, also der Person, die das Karnet bei der IHK beantragt und die rechtliche Verantwortung übernimmt. Im Feld B wird Vollmacht und der Name des Reisenden, soweit er bekannt ist, eingetragen. Das Feld C sagt etwas über den Zweck der Reise aus, zum Beispiel Messeware, Warenmuster oder Berufsausrüstung. Anschließend unterschreiben Sie das Formular unten rechts im Feld J. Auf der Rückseite in der ersten Spalte der Warenliste zählen Sie bitte die einzelnen Positionen durch. Am Ende muss die letzte laufende Nummer mit der Stückzahl in der dritten Spalte übereinstimmen. In die zweite Spalte tragen Sie die Ware ein. Bitte sichtbare Seriennummern auf technischen Geräten mit angeben. Ansonsten sollte die Ware so genau wie möglich beschrieben werden, um dem Zoll die Möglichkeit zur eindeutigen Identifizierung zu geben. In der vierten Spalte wird das Gewicht in Gramm oder Kilogramm angegeben. In der fünften Spalte der Zollwert der Ware. Dies ist der Zeitwert ohne Mehrwertsteuer. In der sechsten Spalte tragen Sie den ISO-Länder-Code des Ursprungslandes ein. Diesen finden Sie auf der Rückseite des blauen Hinweis-Zettels des Formularsatzes. Sollte der Platz auf der Rückseite für die komplette Warenliste nicht ausreichen, verwenden Sie bitte die Zusatzblätter in den entsprechenden Farben, die Sie bei der IHK erhalten. Erstellen Sie die Warenliste möglichst in der Landessprache, für Australien also in Englisch. Bei komplizierten Warenausschreibungen empfiehlt sich eine deutsche Version für den deutschen Zoll. Gern beraten wir Sie, welche Sprache für Ihr Reiseland verlangt wird. Die Stammabschnitte sehen anders aus als die Trennabschnitte. Hier muss nichts ausgefüllt werden. Und wenn ich das alles gemacht habe, gehe ich zur IHK? Ja, gern können Sie die Warenliste vorab per E-Mail an uns senden. Das empfiehlt sich besonders, wenn Sie das erste Mal ein Karnet ausfüllen. Karnet at Offenbach IHK.de Wir schauen dann kurz darüber und geben Ihnen gegebenenfalls noch Tipps für Änderungen. Wenn alles in Ordnung ist, bedrucken Sie bitte den gesamten Formularsatz entsprechend und reichen Sie ihn zur Bearbeitung bei uns ein. Wann bekomme ich das ausgestellte Karnet und was muss ich danach noch tun? Ist das Karnet ordnungsgemäß ausgefüllt und die Bedingungen erfüllt, kann das Karnet sofort ausgestellt werden. Es kann natürlich sein, dass man ein Karnet innerhalb einiger Stunden benötigt. Das ist im Ausnahmefall auch möglich. Fragen Sie einfach danach. Die Gebühr für die Ausstellung ist abhängig vom eingetragenen Warenwert. Sie beträgt mindestens 80 Euro plus Vordrucke. Wenn Sie das ausgestellte Dokument haben, legen Sie es möglichst bei Ihrem zuständigen Ausfuhrzollamt vor und lassen Sie die sogenannte Nämlichkeitssicherung vornehmen. Das bedeutet, der Zoll prüft die Ware mit den Angaben im Karnet und eröffnet es. Danach kann die Reise beginnen. Bei der Ausreise aus der Europäischen Union wird das Dokument vom Zoll abgefertigt, ebenso bei der Einreise in Australien und dann wieder in umgekehrter Reihenfolge bei der Rückreise. Achten Sie bitte beim Zoll darauf, dass die richtige Anzahl der Warenpositionen entsprechend der laufenden Nummer eingetragen wird und dass die Wiederausfuhrfrist ausreichend für Ihren Aufenthalt ist. Wenn Sie das Karnet, das ein Jahr gültig ist, nicht mehr für weitere Reisen benötigen, bekommt es die IHK zurück. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.offenbach.ihk.de, Karnet oder telefonisch unter 069 8207 0. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Karnet oder telefonisch unter 069 8207 0.